rinder so viel und ich denke nicht dass das richtig krass was ist hier passiert also der aufwand was wer seid ihr der schank wird hier nein wird die monster wir müssen uns wohl selbst bedienen erkennt ihr diesen schlüssel der gehörte barry dem tavernenbesitzer dort drüben liegt noch sein was falls ihr also alle schlösser ausprobieren wollt wird ihr euch bestimmt nicht aufhalten mal sehen was es hier so gibt ich habe tatsächlich mitleid für diesen menschen hat sich ja voll ins zeug gelegt ja ich frage mich abau in die baden es in die top 20 geschafft hätte nicht sicher wegen dem bier wie ich sehe genießt ihr einen schluck ich hörte barry der tavernenbesitzer hat einen sohn der sehr wachsam ist also ist barry knapp 100 jahre alt wer ist barry wie habt ihr diesen angriff denn überlebt ich bin nicht stolz darauf aber ich stellte eine eine alte frau ein bein was die hat's doch verdient geizige spülhilfe erzähl ihm von unserer quest wir beide beenden das zeitalter der monster endgültig damit ihr nicht weiter an angst leben müsst ist das so dann gebe ich euch etwas das nützlich sein könnte eine glocke danke ich nehme dann mal an wir werden einer schlange begegnen es ist dann die glocke anbinden so ein dialog weißt du ja ich sag was zu dir bing 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 das antwort da weiß jemand wie man trainer beschäftigt werbung hausbade sorry steph alwyn ist glücklich mit was die witte preceptive generale so farte black herbe wird kürzmeilen alte schwerter vielleicht müssen wir sein repel monsters auf das secret blend of herbs natürlich vor gold coins spooky sounds around the castle okay es gibt noch ein castle das königreich hat ernste probleme ich will mich jetzt auf ethan konzentrieren münze geschnappt drei haben wir schon notenblätter was das was das mit dem rest des notenblatt passiert glas bad hypnotische fuge okay alte zeitung die details steph hat echt an alles gedacht sie ist unglaublich ja das ist hoffentlich abwarschbar die rannis nee niradis oh man ich glaube ducky hat das fallen lassen die dreizehnte fünfjährliche versammlung der der ego keksburschen wird hier mit zur ordnung es betrifft mich zu verkünden dass alle sechs von uns weiter auf den beinen und über der erster ordnungspunkt ducky wenn du raten müsstest wie lange hast du noch vor zu leben lange genug um abzukassieren gordon und keine minute länger was ich krieche mit euch eurem anteil in meinen steifen fingern richtung grab lasst euch das gesagt sein was für ein anteil okay oh wie geil woher haben die den scheiß hey nur hast du das gesehen das muss es sein es ist einer der juwels geil nehmen wir mit ich glaube aber damit haben wir es hier dron oder das war gar nicht schlecht alter tag für barry den tavernenbesitzer alter kno alex hat recht aber ich wollte doch nur ich hatte einen so ruhigen morgen ich komme hier dann bist du fett ich glaube das war dann alles hier dann gehen wir mal raus gut auch das nicht schlecht aus dem telefon her kann man mal mike kommen wir mal runter was bedeutet ich wollte bloß weiss bei kaum runter echt interessant ja durchaus ich sage es gerne noch mal brauchst du nicht guck mal da berg noch einer die antwort lautet mira dieses und fehlen ihr habt das rätsel gelöst euer preis ein hinweis lauscht auf um zu bestechen den tödlichen toll oder toll und wir haben drei vier münzen verstanden noch etwas für das vers ist da haben ich werde liebend gern in einem laden namens die durstige mühe arbeiten die turstige sorgen so dann gehen wir hier lang ich habe ich gesehen sicher doch eben gut die anerkennung gehört dir ich sage die anerkennung ist eine andere seite rüber hier ich gucke er macht das super ihr macht das echt zu war durch die das üben wir noch mal alles das üben wir noch mal alle warst doch eben noch ein wolf aber das ist so geil die regen dich dazu an dich umzugucken weil du zeug brauchst warum denn nicht und du findest du so wundervolle kleine details das ist super sparen wir unsere energie doch für etwas furchteinflößenderes genau wie unsere schrift rollen stimmt sie wird angreifen was sollen wir jetzt tun es ist tatsächlich es ist tatsächlich eine verdammte option schlagen in hörweite schlafen sofort ein tun wir so als wäre es ein tiefes geräusch ryan schnauze halten auch hier wieder der voice actor stell dir vor du musst im tonstudio und nimmst das auf du erzählst dann abends was hast du heute aufgenommen also ich war heute eine einschaffende schlange und münze noch nicht so viel aber gut wir haben dann bis ins exchange lassen wir mal ein paar und drei der mensch horrid so disharmony warte was ist das vielleicht kannst du nicht sagen was das ist sieht aus wie eine drachenschuppe oder sowas natürlich hat sie magische kräfte wir sollten sie behalten unser inventar wird schon der ganze bildschirm einfach zu einfach zu das hat ja nicht lang gedauert ich halte die augen offen ja du noch ein worten platz ist das die andere es kann man es da mit meiner hypnotischen musik zu leben enemy cannot mehr auch geil kommt da hochklettern gibt es hinten noch irgendwo was schriftrolle gehen wir noch ganz kurz weiter ich möchte bocken ob es hinten noch was gibt sicher gehen ich glaube aber nicht das heißt wir wollen die schriftrolle mit schriftrolle wird mitgenommen hast du die schriftrolle zuerst gesehen nein ok er ist mutig und er ist ehrlich alle beiden ok wir haben die flussschlange besiegt hab dank abenteuer schnauzahlen weiter geht's ähm recordtrailer da müsst ihr doch dann ist der vielleicht zu finden der Junge ist voll dabei hab ich doch gerade gesagt du Arsch alles in Ordnung ihr wirkt recht äh gräskremig hab gleich seine schriftrolle ich habe die zusammensetzung von sonnensilber vergessen ach so sonnensilber mhm kenn ich ähm wenn wir es rausfinden sagen wir es euch darauf kann ich wohl lange warten ich glaube das ist eine schicke kunstgalerie warte nein es ist gehen wir rein einfach reingucken was passiert das passt schon monster oder mensch beides herein jetzt wird es dann lustig ich hab so ich hab so ein gefühl dass es jetzt lustig wird Sticker und mit hoffen ich bin bitte entschuldigt das schloss wir leben in gefährlichen zeiten Ein nächstes Outfit, Alter. Erstmal mal gucken, was abgeht. Vielleicht kann ich ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Sie ist immer so selbstbewusst. Vielleicht kann ich ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Sie ist immer so selbstbewusst. Merkst du es selber, oder? Aber ja. Ob ich es ernst gemeint habe oder nicht? Wer weiß das schon. Sprechen wir gleich mit ihr. Das sieht alles recht nützlich aus. Oh, hey. Sonnensilber. Wir sollten es dem Schmied sagen. Goblin War Fire Powder. Oder gucken wir uns beim Rausgehen nochmal an, damit wir es ihm sagen können. Ich würde gerne eines dieser Baden-Instrumente ausprobieren. Das sag ich gerade aus irgendeinem. Dafür müsst ihr einen privaten Termin vereinbaren. Das wäre ich. Gar nicht ominös. Gucken wir mal kurz an. Oh, wow. Ja, kann man. Das Chef sieht ja mega aus. Ich dachte, du sagst jetzt nur, oh wow, wäre auch lustig gewesen. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Ja, machen wir gleich, aber erstmal... Schädel. Der sieht richtig echt aus. Vielleicht ist es aus. Golems. Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Oh, das ist doch voll cool. Sicherheitsammer. Und man sowas trainieren kann? Case of Monster Attack. Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Ach, das war das, was die alle geschrieben hatten. Nur für Mitglieder der Magier-Gilde. Verzeih. War kühl. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Das ist so genial. Dafür brauche ich keine Warnung. Alter. So geil. Hm. Wofür brauche ich Erkenntnis? Alles. Menschen. Das ist Steph. Steph ist echt super. The Fool. The Card of Spontanity. Fearless Ness Adventures. Welcome Gladly. Die Warnung. Ja. Ryan. Trifft das auf Ryan zu? The Card of Inspiration. Optimism and Hope for the Future. Ich hoffe echt, dass das wahr ist. Dinge. Meine Kraft. Chaos und Zerstörung. Ja. Sag bloß. Ähm. Dass das nicht wieder so Ausmaß annimmt wie bei Life is Strange 1, ne? Also. Ganz kurz, ne? Meine Fresse. Surreal. Tarotkarten. Immer die Wahrheit. Was zum... Menschen... Habe ich nichts mehr, okay. Einmal Tarotkarten. Einige Helden stehen bestimmt auf Baden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Raynor einen besseren Geschmack hat. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Okay, reden wir noch mal kurz mit ihr und dann kaufen wir einen. Ich glaube, wir haben jetzt alles angeguckt. Die Straßen waren einst voller Menschen. Ja, jetzt nicht mehr. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein! Ich meine... Vergess das. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. 10.000 Gold? Okay. Offensichtlich gibt es einen anderen Weg, ihn zu bekommen. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe? Was? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Der Flirt, Alter. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Der absolute Flirt. Und ihr solltet wissen, ich würde es nicht anbieten. Ah, das ist das, was ich meine. Voll geil. Der Flirt. Ercheck. Äh, ich meine... Ich war einfach komplett raus. Oh, Mann. Ihr seid ja voll drin. Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Oh. Oh, die Blicke. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Er handelt jetzt für uns. Ich hörte von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt... Haben wir. ...erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Haben wir. ...eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun... ...hier ist mein Teil der Abmachung. Ja, Mann. Nur noch ein Juwel übrig. Fast geschafft. Sehr freundlicher Troll. Das ist der Trolls mit dem Weltkrieg. Das würde ich gerne sehen. Sehr freundlicher Troll. Lass uns sprechen. Glaubst du, uns werden Trolle begegnen? Kein Plan. Aber ich... Wir nehmen es mal mit. Drei Gold, bitte. So sparen wir ein bisschen Gold vielleicht wegen, weißt du, der Troll. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, sie ist glücklich. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Vielleicht, wenn Ethan nicht hier ist. Okay, guck mal. Ich will. Ich will. Ich will. Ja, ich will auch. Was? Wie denkt sich Stef nur bei diesem Namen aus? Goblin-Ohr und Fire-Powder. Eisen. Eisen, Goblin, Fire. Oder Zwinker. Alter. Die Flirts sind intens. Alter Schwede. Vielleicht kommen wir wieder, um noch was zu kaufen. Ich weiß so noch nicht. Ich spreche noch mit dem Spiel. Das war... Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblin-Erz und Feuerpuder. Feuerpuder. Denn Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Weiß ich auch nicht. Warum nehmt ihr nicht diese Schriftrolle für eure... Skull of a Twentage? Okay, haben wir wieder. Und her mit der nächsten Schriftrolle. Aber ich möchte so die... Es ist halt neben Quests, weißt du. Was bei dir ist? Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Was ist das? Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Ich kontrolliere mich. Es ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Nichts ist besser als sauer auf dein Buch über Bootmanagement zu werben. Wie wurden diese Schriftrollen so ordentlich gebunden? Voll, oder? Vielleicht viel zu doof für. Jetzt mal ehrlich, wenn ich sowas vorbereiten würde, ich würde es nicht hinbekommen. Fahrrad in den Weg gestellt und eine Alphan-Wandung. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt? Jogger. Macht Joggen. Der Lauf war so super. Oh. Ich bin stolz auf dich. Wie konnte der helfen? Wow. Freut mich für sie. Wow. Freut mich aber eigentlich für sie. Das fand ich gut. Okay, Blumenland müssen wir auch gleich rein, kurz. Ich möchte mich nur hier kurz umgucken. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Okay. Wir gehen nachher mal kurz rein. Aber sowas kannst du nötigen, sodass du da keinen Statt machen. Ich muss meine, äh, Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Wir sind auch schon, keine, keine Angst. Sorry, dass wir da kurz rein müssen, aber ich möchte kurz noch der alten Dame sehen. Und wir können vielleicht Riley fragen. Wie ist Support Team Iris? Fight for the cure. Mir ist das wichtig, nach sowas dann zu gucken. Weil wir sind hier in so einer kleinen Dingens. Und da müssen wir einfach ein bisschen helfen. Komm, da müssen wir helfen. Ah. Hi, Riley. Oh, hallo. Oh, hallo. Mein Name ist Marcel Davies von 1&1. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Irgendwas anzugucken? Ja. Ich habe jetzt einen Job. Ich könnte tatsächlich etwas spenden. Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Hat Riley das angebracht? Das letzte, was Eleanor will, ist, dass sich jeder um sie sorgt. Also spendet, Eleanor, die ganzen Dekorationen. Auch geil. Karte? Ach, wick dich. Eine unzartete Wasserhörer dabei. Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Oh, aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Kannst du auch Facebook hacken? Ganz ehrlich? Die Ablenkung tut mir gerade richtig gut. Verstehe ich, verstehe ich. Ist irgendwas los mit Eleanor? Ich habe erfahren, dass Oma krank ist. Sie hat Alzheimer. Oh. Wow. Egal. Lass uns über was anderes reden. Lass uns später reden. Wir gucken jetzt mal in sie rein. Ich sage Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Wir gucken uns das gleich im Computer an. Vielleicht einfach kurz hin. Aber wir müssen uns jetzt erstmal den hier machen. Oma ist so ein guter Mensch. Das alles hat sie einfach nicht verdient. Genauso wenig wie Riley. So landingias Platten. Wie。 Wir。